drei, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht! Hakenummer! Hakenummer! Schuss! In diesem Sinne ! Ja, da gibts noch einige mehr, aber das müssen wir uns mal lange. Der SV Hammertingen! Auf der FC 99 wird auch unser cooles Team ein dreifach kräftiges... Ticketzogel! Ticketzogel! Heuer! Ticketzogel! 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 Wir wollen den Osmerkenschutz da! 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 Die heutige Challenge heißt Lauf-Igel-Lauf. Jeder Verein hat exakt zwei Stunden Zeit, um Wäscheklammern zu besorgen oder sich bringen zu lassen. Die müssen dann an einer Person ihrer Wahl befestigt werden. Maximal fünf Spieler pro Team dürfen die Wäscheklammern in einer halben Stunde befestigen. Die Wäscheklammern müssen geklammert sein und dürfen nicht in Händen oder Taschen liegen. Die Klammern dürfen an der Kleidung, Haut, Haaren oder auf den Klammern selbst befestigt werden. Danach absolutiert jeder der beiden Wäscheklammern-Hitel einen Parcours. Dann wird gezählt, wer die meisten Wäscheklammern am Körper trägt. Übrigens lohnt es sich, diesen Parcours zu gewinnen. Dem Sieger werden 77 Wäscheklammern gutgeschrieben. Die Zeit, um Eure Wäscheklammern aufzutreiben, läuft jetzt! Gemeinde Haugetwegen, der SWR Abbrauch für eure Unterstützung! Eure Wäscheklammern Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, verrückt. Voll toll. Und was ich lustig finde, so klein und schon eine Wäscheklammer. Voll toll. Die habe ich mir gleich mal unter den Nagel gerissen als Andenken. Die hast du jetzt hier direkt am Hals hängen an einem Schal. Die nimmst du als Andenken mit. Die nehme ich als Andenken mit. Ja, sie ist gezählt. Jetzt wird es entscheidend, ob du auch den Sieg mit deinem Team mitnimmst. Das werden wir doch jetzt mal sehen. Soll ich zuerst? Mach du mal. 2.960 Klammern haben wir gezählt. Wir, das ist der FC Nürnberg. Und dann können wir vom SV Herbertingen vermelden. 3.359. Überragend. Also die Taktik war genial. Thomas hat das perfekt gemacht. Thomas, auf die Jörg-Dreifahundziehe! Schuss! 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 Schuss!